Die Genforscherin Dr. Helen Cho ist weltweit führend in der Zellregenerationsforschung. Ihre neueste Erfindung, stationiert im Labor von Eugen Genetics, trägt den Namen Regenerator. Er soll beschädigtes menschliches Gewebe wieder aufbauen. Sie sehen gerade einen Laster von Eugen Genetics, nicht den Regenerator. Sie unterscheiden sich ein wenig. Wenn Ultron den in die Finger bekommt, lässt sich nicht sagen, was er damit machen könnte. Künstliche Intelligenz. Ohne jedes Zögern. Sie sind nicht mein Boss. Ich bin von niemandem der Boss. Nur ein alter Mann, dem wirklich viel an Ihnen liegt. Also, was hat er vor? Er will besser werden. Besser als wir. sie soll sich entwickeln hat noch jemand von euch kontakt zur hellen show die zähkohesion dauert einige stunden wir beginnen mit der bewusstseinsübertragung wir laden deine cerebrale matrix hoch jetzt ich kann ihn wahrnehmen er träumt du bist wahnsinnig wir bekommen besuch wir müssen weg zwei minuten bleiben näher ich muss euch immer hinterher räumen jungs captain rogers hören sie mich romanoff ist mit ihrem schild dicht hinter ihnen beschäftigen sie als schon weiterhin und kepp keine explosion dieser stein könnte die stadt einebenen agent romanoff kepp braucht den schild weiterhin verfolgen weißt du was in dem generator ist die macht für wahre veränderung und das macht euch angst und 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 Geh'h'h'h'h'h'h'h'h'h'h'h'h'h'h! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist das? Das war's. Was ist das? Das ist ein Wettbewerb. Wir brennen hier gerade die Sicherung durch. Ich nerv ihn noch ein bisschen. Du bist ihm nicht gewachsen. Danke, Barton. Fahrt, Fahrt, Fahrt! Piu, 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 Piu! Fahrgarten, bitte! Ich gehe rein. Cap, kannst du ihn beschädigen? Was glaubst du denn, mache ich hier? Fahrgarten, bitte! Fahrgarten! Ein Job in Korea soll toll sein. Sicherer als New York hieß es. Wir müssen weg! Wenn du das Paket hast, bring es zu Stark. Los! Da sind Zivilisten im Weg. Kannst du den Zug stoppen? Leute, mögliche zivile Opfer befinden sich im Weg. Ihr solltet besser zur Spitze des Zuges und die Bremsen aktivieren. Du bist wahnsinnig. Du bist wahnsinnig. Die Bremsen aktivieren. Aha! Jag blockst du in Onактиk. Das Substanzいた Bremsen aktiviert. Dastoutheast Inge begren' mir mal. Das ist echt befürcht. Ist es echt neige. Du bist wahnsinnig. 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 Wir sind Monsterkumpel. Du willst also, dass ich dir helfe, Jarvis da reinzubringen? Nein, natürlich nicht, sondern hier hinein. Stark, komm. Stark? Hört mich jemand? Moment, sind das die Maximoff-Zwillinge? Wie dem auch sei, ihr müsst wirklich bald abheben. Versucht einige Fahrzeugteile zu finden und etwas zu bauen. Ja. Ja. Vielen Dank.